Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich Willkommen zur internationalen Sportnacht in Davos. Guten Abend, liebe Gäste, sehr verehrte Damen und Herren, Sportlerinnen und Sportler, Athletinnen und Athleten. Cisius Caviezel. Wie ist das für dich, dass sich dein Leben nicht so geändert hat? Wie viele Stunden verbracht und Sachen zusammen erlebt? Müssen wir sie schnell fragen, ist es okay, wenn ihr plötzlich so viel... Ladies and Gentlemen, Volero Zürich! Das ganze Team heute Abend hier plus der Staff, alle, die dazugehören und diesen Erfolg möglichst machen. Mamma mia, che bellezza è questa sera sul palco. È brava anche. Es ist wirklich ein ganz besonderes... Hier, ja genau. Ja, ja, er war versteckt. Gerade angefangen, gerade angefangen. Meine Damen und Herren, Marco Streller. Herzliche Gratulation und vielen herzlichen Dank natürlich an Jörgen Abderaldin. Hier waren Sie in der Show. Du bist anfangs jeden Abend in irgendeinem Zirkus unterwegs, ja? Come on, we'll jump, 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 come on up in the sky, let us rise to the top, many times I've been defeated, many times I've been defeated. Ein Pokal für Anna Schaffenhuber und... ...fache Goldmedaillengewinnerin von den Olympischen Spielen, respektive den Parallel... ...kugeln hat er schon, jetzt gibt's den Tafoser Kristall für Benni Reich. ...kugeln hat er schon, jetzt gibt's den Tafoser Kristall für Benni Reich. Da trifft sich die Ski-Elite. Hallo Benni, schön dich zu sehen. Hier bei uns... Es ist ja beim Skifahren doch sehr einfach, es gibt schöne Berge, also wir haben auch schöne Berge... Nein, nicht so rum, ich meine andersrum. Ja, ja, ich hab schon verstanden. Da muss ich schon bei meinen Wurzeln bleiben, tut mir leid. Da gibt's nichts, okay. Ja, deine Frau, du bist Vater geworden. Ja, wie auf dem Podest früher, der Österreicher in der Mitte. Abgereist, oder? Volero Zürich sind schon im Bus Richtung Berne. So, da vorne auf der Bühne werden wir noch individuelle Fotowünsche erfüllen. Ja, lustig, gell? Entschuldigung, ich hab... Ja, macht nix. Aber wir sind... Müssen wir noch... Aufpassen, dass wir keine Fehler machen. Da müssen wir die gesunden Sachen auf den Fehler tun. Jetzt darf ich nehmen kurz zu... Oder überhole mich. Ja, ich überhole mich. Ja, ich überhole mich. Ja. 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 przypad Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.